Es tut mir leid, dass die Opa geht, dass sie warten müssen, bis sie einsteigen konnten. Der Griechenfall, der auf dem Versuch, wurde ein Krankentranskort durchgeführt, während ein Gast an Bord auf dem Weg nach Stockholm an der Trage in ein Flugzeug eingebaut. Und leider hat der Ambulanzdienst hier in Stockholm über eine Stunde gebraucht, bis er diesen Gast in Bord konnte. Und dann konnten wir sie hier einsteigen lassen. Jetzt sind wir aber so weit, es wird in Kürze losgehen. In der Werkstattbahn rollen, um sie dann zur Schnellbewegung gegen Süden fliegen. Mein Kollege kommt in den Kürze. Jetzt sind wir heute fliegen. Gemeinsam erwarten wir immer noch eine glückliche Ankunft, mehrere Informationen, die zu mir, die mein Kollege im Rhein fliegen können. Machen Sie sich jetzt mal sofort glücklich und frienlichen Glückwunsch. Meine Damen und Herren, willkommen aufbord. Mein Name ist Ralf Jöndach. Wir sind 10 km an, wir sind in Frankfurt auf dem Weg zu Frankfurt. Auf behalf der gesamten Kürze, ich würde gerne Sie hier aufbord. Ja, ich wollte kurz sagen, dass Sie eine lange Zeit haben, bis wir sind aufbord, bis wir sind aufbord. Die Grunde war, dass wir eine Kürze hier aufbord haben, die hier aufbord wurde von Frankfurt nach Stockholm. Sie sehen noch die Strecke und die Flugzeuge der Flugzeuge. Glücklich haben wir hier in Stockholm mehr als eine Stunde, um diese Strecke zu holen. Das ist der Grund, dass ich sehr lange Zeit habe, um zu starten, um zu starten. Jetzt sind wir voll und bereit. Wir werden bald taxieren und fliegen nach dem Süd. Mein Kollege in der Cockpit, Herr Kühnel, wir fliegen heute. Es ist eine gute Chance, dass wir auf dem Zeitpunkt an unserer destination sein werden. Mehr Informationen können Sie, wenn mein Kollege sagt, wann wir auf der Route gehen. Make yourself now comfortable onboard und enjoy the stage.